Ich will jetzt deine Leute töten. 64 Schaum? Cool. Das war aber nicht ich. Ja, ich war... Nein, sie haben... Sie fliehen! Ja, sie fliehen! Sie fliehen! Sie haben keine Chance. Wie viel 10 Schaum? 32! Wir schaffen das! Jetzt jubeln wir mal ein bisschen. Neben der Strasse, Tor, AG. Okay, okay. Nein! Hey, da ist Deja Vu! Da ist Deja Vu! Das ist meine Gilde! Das war meine Gilde! Irgendwo ist der Deja Vu. Da ist der Deja Vu! Packt... Der Jäger ist auch gut da! Selene Angel! Bomber! Tragengel der Nacht! Sehr dies! Die ist... Die kenne ich gar nicht. Die ist wahrscheinlich neu. Aber da ist eine! Die ist aus Deja Vu! Das war wirklich ein Deja Vu! Das war wirklich ein Deja Vu! Wie jetzt alle kaum... Töchterchen aus Deja Vu Alvar! Kann ich nicht... Warte... Weiss nicht, das ist ein Jahr her... Wie der da herum steht... So, wir gehen zu Reichsmob... Trollen wir mal andere! Also, dafür müssen wir den Bogen mit rausziehen. Wir müssen trollen! So... Wie das ist... Wie das... ... ... ... ... Nein, der Wärmeswang ist jetzt nicht wichtig! Ähm... ... 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 So an der falschen Seite. Also wo wir irgendwo anders trollen. Es wäre so geil, wenn wir einfach trollen könnten und es Ballen nimmt uns weg oder so. Das ist ein Wunschgedanke. Vielleicht mache ich sie ja mal nackt. Ist doch eigentlich was. Mal nackt trollen. Leider kann man nicht ganz nackt sein. Aber so ist auch gut. So, mal schauen was sie ja abgeht. Trelleborg. Ok. Trelleborg. Ok. Noch mal ein Magnetstück. Jöööö. Also wenn mich jetzt hier jemand tötet, dann ist der halber wirklich böse. Ah, mal noch zwei. Gut. Gut. Ja. Mhm. Schon wieder. So ab hier. Muss ich laufen. Und hier schön huschen. Man könnte es als Jäger machen. Man könnte es als Jäger machen, wenn uns jemand angreift. Unsichtbar machen. Aber dann ist es kein Trollen mehr. Nein, bitte nicht. Schlag mich nicht. Bitte. Nein. Ein Wehrwolf. Nein. Hilfe. Schräger aufhört. Schlag mich nur zumblemer. Ah nicht. So dich das doch nicht. Oha nicht. Es war Porwandland. Was ist mit denen los? So, ich bin frei, frei fraß, ich bin ein kleines, ein kleines Ziel, fett, dumm und klein. Kommt, frisst mich! Ganz nackt und einsam in Sürtengebiet. Hier sind ein paar viele Leute. Guten Abend. Nein, du kommst jetzt nicht zu mir. Ich habe gesagt, du kommst nicht zu mir. Lass mich! Hey, siehst du die Überlegenheit nicht? Lass mich, ich kann nichts dafür. Ich werde dir nie das Wasser reichen. Okay, gelogen, aber trotzdem. Die sind Umfahrstufe 50 bis 60. Wenn ich das schaffe, Level 60 zu sein. Oh, das wäre geil. Aber da muss ich noch viel farmen und so. Also mit dem Stufe 45 Babal level ich gar nicht mehr. Irgendwie... Magieras, ne? Der ist bei der Schüde. Der ist mir zu... Zu wenig... Feindlich zum trollen. So. Irgendwas, irgendwo muss hier etwas sein. Kommt nicht mal. Ich dachte, sie sind alle so geizig auf diese Warpents. Wie heißen die? Hallo? Einfach Warpents, irgendwie so etwas. Na, wo seid ihr? Ich will mal ein paar trollen. Ihr seid live in der Aufnahme. Ihr müsst getrollt werden. Ohne, dass ihr mich umbringt. Bitte. Einfach mal so trollen. Na, ihr Nudeln... Nudelt ihr gerne? Sagt ihr gerne bei ihren Kollegen den Nudel-Eintopf? Es ist zu einsam hier. Sind alle auf der Invasion oder was? Hm. Schlimm hier. Ich bin jetzt fast beim Vor. Unmöglich. Ja, hat mich nicht gesehen. Na, ihr Nudeln? Ich komme jetzt von hinten. Nein. 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 Töte mich nicht. Töte mich nicht. Gut. Nein. Komm nicht mit. Weg da. Hilfe. Ein Lehrling greift mich an. Die werden auch immer wie ungestümer. Bin jetzt am Söhrtenbind. Na, ihr Nudeln? So, fast da. Mal schauen, ob sie mich sehen, wenn ich dort auf den Stein gehe. Ich versuche mal, mich zu speichern. Und dann immer wieder auf den Zoom. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Hallo. Seid ihr alle wach? Ich möchte mal gerne. Hallo. Fuck you. Da. Kommt schon. Greift mich an. Das hört ihr aber. Das hört ihr. Die hört doch das dort. Hallo. Darf ich mal? Darf ich mal schauen? Hallo. 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 Doch. Nein, bitte nicht. Nein, nein. Nein. Ja, toll. Schon der erste Spielverderber. Schade. Ja, Käffchen. Waffelschwarm. Das brauche ich ohne Waffe. Das Barriere. Ich habe es aber geschafft. Naja, egal. Okay. Jetzt lernen wir noch ein bisschen. Was quästen einfach. Ja. Hat Spaß gemacht. Oder? Tees makes fun. Hä? So, ich habe irgendwie fast mehr englische Zuschauer als deutsche. Kommt schon. Die Deutschen müssen. Die müssen jetzt kommen. Und mitmachen. Kommt schon. Ihr schafft das. Ihr könnt euch überwinden. Also legen wir unser Zeug wieder an. Sonst können wir nicht gut leveln. So. Solche Trottel greifen mich einfach am Bind an. Als würde ich auch nicht verletzen. Ich verletze doch niemanden. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist schlimm. So. 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 So.